ja damit hallo und herzlich willkommen zurück zu sun of the forest ja genau wir müssen jetzt noch mal in diese richtung doch ich glaube wir haben jetzt alles eigentlich soweit es geht noch jemand es kann die gerade ein bisschen das mal ist ab ja ja da ist einer ich wollte das kleine mobbing opfer naja wir dürfen ja nicht so viel rennen ja okay jetzt hat sich hier auch alles orange gefärbt gut wie spät das ist 3 255 geht ja nur aber hier sind ja auch wege und sowas eingezeichnet also irgendjemand muss ja hier um die ganzen sachen hergebracht haben muss die insel also kein genug da ein zeltplatz hallöchen was machst du denn da ich habe die bunsenbrenner getroffen ich bin tot ich habe die bunsenbrenner getroffen ja ich bin tot ich habe die bunsenbrenner getroffen hier kann man auf jeden fall speichern weit ist es ja nicht mehr ja es gibt schon kann auch sein dass es der mit der schaufel ist das kann möglich sein das kann ich ja auch nicht beantworten hier musst du buddeln glaube ich hier ist zwar kein symbol aber ich glaube hier musst du buddeln das ist hier nämlich nichts ok 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 ja da 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 lang am strand lang laufen ja das wäre glaube ich eine fantastische idee ich höre auch jetzt rum zu tüdel da das wird mir glaube ich auch bald dunkel das müssen uns auch noch ein bisschen ran halten aber jetzt auch gut dass das neue faul ist wir haben wir sehr lange tag ja gott sei dank sonst war das ja immer so dass die nacht wesentlich länger war als der tag die ganze zeit keine steine sammeln also kleine stange sind darunter ich nehme ein dass wieder runter müssen oder da sollte man vielleicht nicht so runter fallen könnte aber machen ja ich denke ich habe ein bisschen Auer macht doch nichts ein paar kleine steine sammeln wie dunkel das hier ist schöne schlucht und die 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 strahrend oh mein gott vorges feeling pure wo sind die zerstörten heil das sind kisten ich war hier noch der ist außerhalb irgendwo offene insel oder sowas sieht der typ glaube der ist unterm wasser wahrscheinlich der ist aus unserer reichweite und müssen aus dem bütchen bauen da bin ich mir nicht so sicher ob das schon geht das wasser ist so schön finden wir noch irgendwas besonderes irgendetwas besonderes also da kommt man die kippe wieder hoch der liegt irgendwo unter oder vielleicht schon da oben drauf ich habe keine ahnung ja okay das muss ich nämlich habe ich auch schon rausgefunden wenn ich schwer trägst kannst du wasser sehen also irgendwo da muss er liegen da da ist sein boot bestimmt da oben drauf auf dem wasser sein rettungsboot das sieht so aus oder der der liegt da bestimmt das kann sein ich habe nichts zu tun gesehen auch alles was ist das denn da gehe ich jetzt mal nicht dichter da bleiben wir mal ein kuss ein bisschen auf abstand auch gibt es die haie warum sagst du denn auch ich habe gerade einer auf den sack gekriegt irgendwas schwimmt da im wasser drinnen ich denke schon ich versuche mal das ich weiß es nicht ich habe es nicht gesehen h вместе auch ein stück d ab acht geht der typ beobachtet uns hier sind irgendwelche leichen aufgespießt ich versuche das jetzt noch mal der sei hässlich aus weiß ich warum deshalb warum keine ahnung wieso bis abrufen warum hier ist ein bütchen ein kleines bütchen vielleicht war das einfach nur zufällig tatsache er müssen wir jetzt alle drei rüber schwimmen ja ja musst du irgendwas ist da ich hab ne knappe 1 1 1 2 1 es gibt heil alle natürlich schon gerade alle drei rüber wir sollten alles in Ordnung hey hier ist heil die 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 eine Pistole ist eine Seefahrt die ist lustig wenn du laut bist dann kommen sie ich hab's nicht nicht, zeig mir her das Ding muss erst mal reinigen bestimmt voll Frost voll eigen also ich könnte die mit irgendetwas kombinieren aber ich weiß noch nicht womit und da ist ein Hai entweder ein Hai oder ein Baal ich glaube eher das Erste du musst gucken, mit Co-Aufmann ist auf der andere Seite hier gehst du leider ja ich hab ein GPS-Peil-Sender ja du kannst ja lass mich hoch ich möchte kein Hai-Futter werden oh Gott ähm da ist der Hai da ist der Hai da ist der Hai wo noch jemand ne Zahnbürste ähm könnt ihr das danke nein aber ich dachte das geht ähm ach du bist da was machen wir jetzt mit dem Paisen da naja ich hab irgendwie zwölf Federn aus dem Vogel rausgelegt tschüss 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 kann vielleicht sein als du ihn gelootet hast ne ne gerade den Hensi hab ich noch mal auch nicht eingeschaffen aber ich kann sie das Buch nicht nehmen ich auch nicht kann sie auch nicht wurde mir aber ganz kurz angezeigt gerade auf der Karte ja vielleicht war da irgendwas unter was du denn greifen konntest oder sowas keine Ahnung ähm wo ist der Hai hat jemand ne Palle mit ich glaube wir haben jetzt ein Problem nö wir haben noch gekniffen ja hab ich auch ne Knarre gekriegt ja klar die Ani genommen hast ja äh wo ist die die müsste da liegen also oder momentan ist in der Kiste oben aaa ja ich hab ne Knarre oh den Pfeil macht der nicht so können wir uns hier ein Lager aufschlagen einfach drauf komm doch mal ein bisschen näher das erzähle ich Peter ok mein Spiel hat gerade ein bisschen der war aber wir auch ab ich hab keine Ahnung der weg anscheinend schon ich habe ihn zumindest immer gesehen wir werden hier in die Nacht aushalten wir werden hier in die Nacht aushalten wir aber hier die ganze rumstehen ich mein okay ist besser als wenn du dunkel durch den Wald rennt oder? ja aber am strand können wir uns ganz schnell ein kleines Zelt eben machen ja da ist der Hai ja da ist der Hai ja da ist der Hai Mann ich wollte gerade los schwimmen Alter wo ist der Hai? äh ich glaube diese Richtung ist glaube ich näher oder? wo ist der Hai? wo ist der Hai? wo ist der Hai? gleich weil ich erst wisse schwimmen der Letzter hat Pech ah schon dann gleich mal die Decke ausbreiten und stocken und packen und wir direkt schlafen ja ein bisschen ja ja wie hat sie denn getauft? Agatha oder so? Gerda? ja Gerda die steht am Wasser wirklich? nice ist sie uns hinterher gekommen? ja war schon warum ist Gerda uns dann hinterher gekommen? ja Schnucki geht oh Schickröten ich kann hier nichts ausbreiten ich kann hier nichts ausbreiten oh ich glaube man da rufen schlagen Schmuck du setzt aufhören damit auf ach jetzt hier wo wo ok jetzt Gerda verfolgt uns ok so wow echt jetzt 2 2 3 2 2 supi guten morgen man Gerda wie geht's mir steht's wir haben Durst und Hunger so ähm was ist das hier? rahmen ich mach mal feuer aber das hat nicht den Durst gestillt ich geh hier stimmt das ist ja Meerwasser Meerwasser kann man ja nicht drin nee energy doing hab ich oh wir brauchen Fauna wegschmeiß ich da ein bisschen Fleisch drauf steckstücke gehirnstücke äh speckstücke äh äh was hat sie jetzt für ein Problem? warum? ist grad losgesprittet doch in einer nö nö ja ich brauche eher was zu trinken das ist eher was ich gesehen stay down ich nehme einfach so nen energy drink jo ja der macht voll ja ist super Fleisch ist fertig nice Gerda du auch was? was war das? also ich bin fast voll ich bin fast voll ich bin fast voll aber wer würdet ihr euch vielleicht nicht beide auf meinem Rechner setzen? das wäre voll geil hm aber wie kommst du denn da rauf? krass worauf dass die Katze sich nicht auf dem Rechner setzen soll ja weiß ich nicht wir sitzen jetzt beide bei mir oben auf dem Rechner einfach nur weil das Ding so warm ist ja gerne mal hier hierher dann könnt ihr die Wärme bisschen absweigen hm aber ich glaub da kommen wir nicht ja ich muss hier wieder hoch na gucken wir mal dass wir da zu den anderen Punkten kommen hier rechts 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 ok 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 bin um das ist jetzt der Punkt äh ja was halt oh das ist ein Mutantenvieh also der mit Mutanten aus voll gerüstet ist jetzt nicht mehr oh entschuldigung boah Achtung Vorsicht kommt noch einer kommen noch mehrere alter Alter wie viele sind das denn? ich hab grad die Eier geschossen ok der ist tot der ist oh jetzt haben sie Angst vor uns ja oh super super Schuss der war weg der war hinüber blau blau der ist voll geil ok es sind noch drei Stück ja vorsicht hinter mir ja ja ok da hinterm Stein da kommt jetzt einer kommt auf uns zu alles klar nächster ist weg supi ne da kommt noch einer komm hä was was hä warum macht sie denn Affentanz was aua hast du schon getroffen so das bist du ich hab ja nicht für die mal eingreifen ame so lieben das war diese folge wir sehen uns dann in der nächsten tschüss